Moin moin hier ist wieder euer Blaze wer hätte es gedacht so wir wollen flame up auf 5 bringen und ihr braucht ein komisches fleisch aus dem komischen pilz was ein bisschen minze mit hat das minzpilzfleisch ja tante erne hat mal gesagt geh mal die tollen tollen pilze ja so wir haben jetzt natürlich keinen pilz schnüffler bei aber das sieht aus wie ein pilz ne und es ist mir sammer jasmer entschuldigung ich habe mich schon wieder versprochen den einfach schön mit der axt abbauen und ihr rock die hütte das ist ganz einfach mein lieblings teleporter in jeglichen video guides was flammen stufe 4 angeht ist natürlich wieder normalen an höhe einfach hier runter hier oben ist noch nicht mal das zeug ja ist mir erstmal aber hier könnt ihr ganz entspannt die pilze fahren ohne dass irgendjemand auf den sack geht hier auch noch mal dass es kein vorführeffekt ist wunderbar zack 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 den auch noch und in dem falle sage ich grafikpack in dem sinne sage ich danke fürs zuschauen euer Blaze wir sehen uns im nächsten video guide ciao ciao wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten video